Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch Wingman Edition auf Dust, Short Dust. Er zuckelt ein bisschen rum, aber ich glaube, er hat Ping-Probleme, oder? Um das mal direkt am Anfang zu klären. Ja, hat er. Ein 125er Ping, 123, 120, er geht runter. Erst nach dem Warm-Up, da ist es ja gar nicht so tragisch, ne? Da ist es ja eigentlich erstmal egal, das habe ich auch schon gemacht, dass ich irgendwas gedownloadet habe oder so und dann, ähm... Ähm, weil es das Warm-Up dann langsam zu Ende ging, dann halt den Download abgebrochen habe. Wenn ich schnell irgendwas machen wollte, ne? Oder das, äh, schon mal ein Stück weiter laden wollte. Naja, ähm, ja, die Frage, die ich hier direkt in den Ring schmeiße, ist, wie seht ihr das so mit dem Ping? Also in CSGO selbst, in den Matchmakings, also wir haben ja letztens, ähm, das ist echt unangenehm zuzuschauen, bei ihm. Es wird irgendwie nicht richtig weniger. Wir haben ja letztens unser 99-Spiel gehabt und es lief gut. Wir haben einen Sieg errungen, aber, ähm, bei Berlin lief es ja vom Ping her nicht so gut. Und die Gegner haben sich aufgeregt, ne? Er hatte einen 50er Ping. Ich muss mal was leiser machen, Alter, mir dröhnt das so im Kopf rum. Er hatte einen 50er Ping. Und das ist ja eigentlich, äh, 50 geht, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie was Verbotenes, wenn man einen 50er Ping hat. Er hat ein bisschen gezuckelt manchmal, ne? Das ist so... Klar, sowas kann schwierig sein, wenn jemand durchgehend sich rum richtig teleportiert. Oder gegen die Wand läuft, what the fuck? Ich glaube, er hat Riesenprobleme. Also das ist gar nicht zu vergleichen mit denen von Berlin. Ja, also die Frage ist, wie weit darf das gehen? Also der Ping. Es gibt ja auch Ping-Using, beziehungsweise Hacks, die, die ein Leck, also Fake-Lack, die ein Leck vorgaukeln oder gaukelten. Gibt es sowas noch? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Wo man dann praktisch auf Knopfdruck mehr oder weniger, ähm, seinen Ping verändern lassen kann. Aber ich spreche jetzt hier eigentlich nicht von einem bös gemeinten, schlechten Ping, sondern, äh, oder schlecht machenden Ping, sondern wie schlecht darf der eigene Ping sein, um noch zu spielen. Also gibt es, würdet ihr in Millisekunden, beziehungsweise eben einfach in dieser, hier in dieser Ping-Anzeige, ein, ein Maximum setzen bei 50, 60, 40, 20, 10. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, sie können bei 10 nicht mehr spielen, ne? Äh, beziehungsweise sie haben nur 10 und haben dann 20 und sagen, sie können nicht mehr spielen. Ähm, ich hatte schon immer recht schlechtes Internet und bin es halt gewohnt, äh, von früher so im Schnitt mit einem 60er Ping zu spielen. Das sieht nicht so aus, wie das, wie das jetzt hier bei ihm aussieht. Also das zuckelt so hart rum. Ähm, beim Zuschauen ist es meistens auch dann nur so, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, bei Wallin zuschaue, dann sieht das voll ruckelig aus, aber bei ihm selbst ist alles flüssig. Ich, als ich meinen High-Ping noch hatte, oder den höheren Ping, speziell beim Streamen, auf den 99-Servern, da war das genauso. Von außen sieht es aus, als würde ich lecken, aber von innen habe ich überhaupt keine Beeinträchtigung. Maximal dann halt im Feuergefecht, ähm, ich falle auf einmal um, ne? So eine halbe Sekunde. Ich denke, ich bin schon um die Ecke, aber ich war noch am rumzuckeln, ne? Äh, klar, das ist natürlich, sowas kann passieren. Aber man zuckelt ja nicht wirklich so hin und her, sondern hat an sich ja eigentlich ein flüssiges Spiel. Ja, hier jetzt einfach nochmal endgültig ganz sauber die Frage gestellt, wie hoch darf der Ping sein, eurer Meinung nach? Muss man dafür sorgen, dass man immer einen extrem guten Ping hat, oder kann man es halt nicht ändern, wenn man mal so ein bisschen leckt? Was soll's? Ich meine, ähm, es geht jetzt nicht darum, dass jemand gerade was runterlädt absichtlich und das eigentlich beenden könne, sondern es hat einfach jemand eine nicht so gute Leitung. Wie, wie schlecht darf die Leitung sein? Was würdet ihr hier übrigens bei ihm sagen, auch mal da noch so nebenbei erwähnt, was er wohl hat? Oder sie? Hm, durch das Gelänge kann ich es ganz schwer erkennen, das Geschlecht, kann ich ganz schwer erkennen jetzt gerade. Ähm, ja, also ich würde sagen, oder meine Meinung dazu, kann ich jetzt halt direkt aussprechen, also hinsichtlich der Ping-Geschichte, ähm, gegen den hohen Ping, speziell wenn man jetzt halt eine nicht so gute Leitung hat, kann man ja nicht allzu viel machen. Vor allem, weil es ja auch serverabhängig ist, du kommst auf den Server und dein Ping ist ganz gut, zwar schlechter als, äh, die, oder, ja, doch, die der anderen, aber schon noch ganz gut für deine Verhältnisse, ähm, und dann gehst du auf den nächsten Server und, und du laggst halt, ne, also du spürst selbst diesen Lag. Dann guckt man direkt den Status rein und sieht, ah ja, okay, der Server steht in, was weiß ich, äh, verbuddelt irgendwo im Ozean oder sowas. Und, obwohl, da wäre ja auch recht kühl, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Blöder Server stand dort und schon hast du halt Gelegge. Unangenehm. Wie sieht das aus? Wie kann man das machen? Was kann man da machen? Mann, ist das kurz geworden, ist jetzt halt ein Wingman, naja. Und schreibt natürlich auch, was ihr im Drücken würdet. Ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal gar nichts, das überlasse ich euch dann. Ich mach euch auch ein Ding an, eine, äh, eine Abstimmung wieder, ähm, um kurz oder direkt den Überblick haben zu können, aber alles in allem könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben, was ihr wohl schätzt, was ihr habt und eben auch natürlich zu dem, zu dem Hauptthema. Eure Meinung auslassen. Äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das nächste Ligaspiel ist jetzt kommende Woche. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Das könnte ich kurz noch für euch gucken, wisst ihr was? Ich schau mal ganz kurz rein, macht euch ja nichts aus, ne? Wir haben mal Zeit. Wir sind es beinahe noch nicht mal fünf Minuten. Äh, es ist ein bisschen arg kurz. Darum schauen wir mal ganz geschwind rein in die Liga, wann unser nächstes Spiel ist. Ich kann es euch eigentlich umschalten. Warte mal. Gleich müsste es kommen. Ach Gott, ist das schä, oder? Ach Gott. Äh, so. Team Inkasso, da sind wir. Im Moment stehen wir auf dem zweiten Platz. Äh, wir sind hier in der Division 5, ähm, 5.18. Und jetzt schauen wir mal rein. So. Wir spielen unser nächstes Spiel gegen Team TCA. Das war das letzte Spiel hier. Und jetzt spielen wir dann gegen Team TCA. Ähm, hier gibt es noch nichts. Das heißt, äh, da werde ich dann später mal die Kollegen anschreiben, dass wir da was vorschlagen. Äh, vielleicht ist es am Dienstag dann schon. Also Dienstag 19.15 Uhr, beziehungsweise 19.30 Uhr so ungefähr. Oder Donnerstag 19.15 Uhr, 19.30 Uhr. Je nachdem, was die Gegner so, äh, so, so sagen. Äh, so, warte mal. Was ist denn das? Ach, das ist das Stream Overlay. Wo ist jetzt Counter-Strike hin? Okay, gut, Leute. Äh, dann sehen wir uns. Wir hören uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.